FOTOGRAPHIE Fotografie gibt mir Mut. Fotografie bedeutet für mich Freiheit. Was wäre das Leben, wenn wir nicht das machen würden, was wir gerne machen? Genau diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Was gibt es Schöneres als einen Traum leben zu dürfen? Anderen Menschen glücklich zu machen? Meiner Meinung nach nichts. In der heutigen Zeit von Smartphone und Co. darf man sich selbstverständlich die Frage stellen, braucht es einen Fotografen noch? Ja, denn es geht um viel mehr als ein gutes Bild. Es geht um das Zwischenmenschliche, um den Wohlfühlfaktor während des Shooting und selbstverständlich auch den Spaß. Denn das sind wahre Erinnerungen. Genau das macht die Fotografie zu etwas ganz Besonderes. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich neue Menschen wie dich kennenlernen und Zeit verbringen darf. Für mich ist Fotografie Leben und Leben ist kostbar. Mit meinen Bildern möchte ich zum Ausdruck bringen, was man sieht und auch fühlt. Natürliche, authentische und lebendige Momente. Lasst uns gemeinsam eure Geschichte erzählen. Mit mir ausbeten Sie. Da geht um他是 phys chir chirys sch psychisch消 yeux. Und wir Hופast auf Segen. Dann chucken Sie. Da gehen Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017